Greta Thunberg verliert Haus und Hof. Ja, sie ist auf der Straße gelandet. Was es damit auf sich hat und warum sich diese gute Frau hier, das Mädchen, tatsächlich fast totlacht. Es ist das Todesurteil für zahllose Menschen. Jetzt geht's uns an Kragen. Was ist noch? Ach ja, das ist eine Frage von Leben und Tod. Und ja, übrigens, wir werden alle sterben. Und warum ist sie denn hier? Wir schauen uns das mal an. Ey, sie kommt ja aus dem Lachen gar nicht raus. Also, die Welt geht morgen unter. Hallo, der letzte Generation sind wir alle. Und sie kommt da gar nicht mehr. Hier schon wieder ein Lachflash. Also, ich werd verrückt. Wenn dich interessiert, was die gute Frau hier meiner Meinung nach komplett für falsche Gedankengänge hat und vor allen Dingen, warum das Ganze eine große Gefahr ist und ich das Ganze für eine sehr ekelhafte Aktion halte von ihr, dann bleib bis zum Ende dran. Denn sie hat sich in den vergangenen Tagen hin und wieder jetzt mal wieder gemeldet. Ich meine ja, gut, sie hat für ihre ganzen Aufträge so viel Geld kassiert, dass ich mich wahrscheinlich auch nicht mehr jeden Tag ins Rampenlicht manövrieren würde. Und sie ist ja fast schon oldschool, ne? Also, das mit den Schulstrikes, das ist jetzt nicht mehr so hip und modern, ne? Und es gibt tatsächlich auch keine Schulstreiks mehr. Jetzt wird sich der eine oder andere natürlich freuen, ja? Warum jetzt, ne? Hat sie damit aufgehört mit Fridays for Future? Ja, die liebe Greta Thunberg hat jetzt tatsächlich ihr Abitur geschafft. Ja, da muss man sich ja drauf konzentrieren in Schweden. Sie ist also mit der Schule fertig. Und dementsprechend, danke Gott, wir dürfen erst mal Fridays for Future, haben wir zumindest mit Greta Thunberg nicht mehr. Es wird keine Schulstreiks mehr geben. Und trotzdem will sie natürlich jetzt mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit, ne? Neben dem Lernen hat man jetzt tatsächlich auch die Möglichkeit, dass man da in der Richtung einfach auch mal wieder ein bisschen zulegen kann, ne? Greta Thunberg, das ist eine Frage von Leben und Tod. Ja, was denn jetzt, ne? Worum geht's denn jetzt eigentlich? Wovor warnt sie denn? Und ich finde es super spannend, ne? Es gibt ja zwei, drei Studien, auf die sie sich immer wieder bezieht. Und es geht meiner Meinung nach bei Greta Thunberg, gerne mal deine Meinung zu dieser Frau in die Kommentare schreiben, auch dieses Video weiter verbreiten. Es geht eigentlich nur um Angst und Panik. Sie hat sich so also manipulieren lassen, dass sie denkt, okay, der Klimawandel wird alles zerstören. Und dementsprechend brauchen wir eben sowas wie die Wärmepumpenofferte von Herrn Herr Habeck, der 0,001 Prozent an Emissionen sozusagen einspart. Oder wir brauchen natürlich auch die kompletten Atemlosigkeiten, ne? Also am besten morgen Aufhören zu Atmen. Das ist sowieso das Beste für unseren Planeten. Auch keine Kinder mehr zeugen. Ist alles schlecht. Wir müssen jetzt radikal handeln, so wie es auch schon vor 30 Jahren und vor 40 Jahren die Leute gesagt haben, die Welt wird morgen untergehen und im Regenwald werden keine Bäume mehr stehen. Also mir kommt das Ganze so ein bisschen vor wie der, ja, liebe lose Crash-Prophet, der seit 2001 die große Immobilienblase, die platzen soll, prognostiziert. Und jedes Jahr steigen die Immobilienpreise weiter. So ähnlich kommt es natürlich auch mit der Finanzkrise so ein bisschen raus, ne? Und zugegebenerweise, irgendwann wird der Zusammenbruch kommen. Irgendwann wird der Crash kommen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, so wie es auch ein Messner gesagt hat, überschätzen wir den Faktor Mensch nicht auf diesem Planeten? Sind wir nicht ein Pipiklacks hier auf der Erde und überschätzen das, was wir hier eigentlich anrichten? Natürlich, man sagt ja auch immer so schön, der Mensch braucht die Natur, aber die Natur braucht den Menschen nicht. Und deswegen ist jetzt die große Frage, was sind denn jetzt die Kernbotschaften? Natürlich, wir müssen unser Klimaziel, Umweltziel, das muss am besten morgen umgesetzt werden. So sind sie, die jüngeren Mädels, natürlich Gott sei Dank nicht alle, aber die, die so denken wie Greta Thunberg, am besten morgen den Erfolg, keine Leistung bringen, sondern wirklich Hauruck-Aktionen. Und wir sehen ja, was aktuell passiert. Deutschland und Habeck, Baerbock, die wollen ja Hauruck-Aktionen. Naja, dann kommt ein riesen Kauderwelsch raus und auf einmal Gesetze, die überhaupt nur den Anschein machen. Ja, wir sind fürs Klima da und gleichzeitig, und das ist ja das Ekelhafte, was hat sie jetzt wieder vor? Naja, sie hat sich jetzt überlegt, okay, Streiks können sie jetzt nicht mehr machen. Übrigens Ukraine, weitere Gelder wurden jetzt eingefroren von den Russen. Jetzt sitzt auch Greta Thunberg auf der Straße. Sie verliert ja Haus und Hof, das ist natürlich nur Spaß. Sie hat natürlich gutes Geld verdient mit ihren ganzen Auftritten, aber jetzt muss wieder auch die Straße herhalten. Sie klebt sich weiter an die Straße fest. Sie blockiert die aktivsten Straßen, weil damit können wir dem Planeten was Gutes tun. Und schau dir an, diese letzten Generationsmenschen, man darf sie ja nicht mehr Frauen oder Männer nennen, man weiß ja nicht mehr, welches Geschlecht sie verfolgen. Das bringt doch uns weiter. Also was haben wir für eine Akzeptanz, für eine Liebe gegenüber diesen Menschen entwickelt, gegenüber dieser Mission, die sie verfolgen? Das ist genauso wie diese eine Veganerin, die irgendwie sehr kontrovers ist und nur Aufmerksamkeit haben möchte und einfach keine Diskussion mehr zulässt. Also sie hat jede Diskussionsfähigkeit verloren. Ich weiß den Namen gar nicht, wenn dir die einfällt, gerne mal in die Kommentare schreiben. So und das ist genau der Punkt. Das ist ja nicht passiert. Wir haben eine komplette Katastrophe gesehen. Das heißt, im Endeffekt haben alle gesagt, wir haben darauf keine Lust und diese letzten Generationsmenschen haben dafür gesorgt, dass wir noch weniger Lust haben, für unseren Planeten was Gutes zu machen, weil sie im Endeffekt genau das Gegenteil hier bewirkt haben. Übrigens, auch da ist es interessant, von der Schule auf die Straße, also sicherlich ist das wahrscheinlich auch der Lebenslauf, den man hier bei Greta Thunberg auch nochmal ansprechen kann, aber es kommt noch heftig. Und das stört mich an Greta Thunberg am meisten. Es geht doch tatsächlich nur um Profit. Ich meine, wo sind denn die Nachrichten, dass sie ihr gesamtes Vermögen für den Klimaschutz gespendet hat, für die Umwelthilfe oder eben meinetwegen auch für das Tierwohl? Wo sind die Nachrichten? Ich habe sie leider nicht gefunden bei der Recherche und ich muss dir auch sagen, jetzt reicht es mir komplett. Jetzt müssen wir wirklich mal tacheles reden. Es wird mal wieder Zeit für eine kleine Wutrede am Anfang dieses oder am Ende des Videos, kann man sagen. Wollen wir uns nicht vorher für Weltfrieden einsetzen und endlich mal aufhören, uns die Fressen einzuschlagen, weil wir denken, der eine liegt falsch, der andere ist richtig. Der eine hat die Wahrheit, der andere nicht. Ich, Putin, Russland, Ukraine, wollen wir nicht erstmal dort anfangen, bevor wir uns über das Klimagedanken machen, dass wir hier die Kriege weltweit beenden? Sollten wir nicht mit Diplomatie, mit Friedensverhandlungen hier als ersten Schritt vorgehen? Ist es nicht so, dass wir Flüchtlingsursachen damit bekämpfen würden? Dann hätten wir dieses ganze Migrationsthema, das uns auch schon auf die Nerven geht, auch nicht mehr. Und vor allen Dingen, wir hätten vor allen Dingen natürlich auch dem Klima, dem Planeten was Gutes getan, Greta Thunberg. Komischerweise sagt sie eben dazu nichts oder auch dort findet man nur selten eine Aussage, dass der CO2-Ausstoß bei dieser Ukraine-Krise am größten ist. Man klebt sich irgendwo lieber auf die Straße und protestiert gegen irgendwelche harmlosen SUVs, weil die auch so viele Menschen immer umbringen. Und die Ukraine-Krise, naja, da muss man mal ein Auge zudrücken. Da müssen wir jetzt mal ordentlich CO2 und Treibhausgase in die Luft jagen und das kann einfach nicht sein. oder Uran-angereicherte Munition. Dagegen hat Frau Thunberg hier auch noch nichts gesagt. Zumindest haben wir dazu nichts gefunden. Dass jetzt die Großbritannien hier sozusagen, wie ich sie immer nenne, ist ja mittlerweile nicht mehr ernst zu nehmen, dass die im Endeffekt hier Uran-angereicherte Munition liefern wollen. Und darüber wird überhaupt nicht diskutiert. Also die Frage, Leben oder Tod mit dem Klima zu beantworten, ist meiner Meinung nach der vollkommen falsche Ansatz. Wir sprengen uns doch vorher selber alle in die Luft, beziehungsweise haben eine nukleare Fallout-Situation oder den Dritten Weltkrieg. Also Greta Thunberg, bitte aufstehen und Klimaaktivisten, bitte aufstehen und gegen diese Maßnahmen in der Ukraine-Konfliktsituation demonstrieren. Oder am besten an die Front und sich dort festleben. Gut, das wäre wahrscheinlich auch selbst für sie eine sehr heftige Sache. Aber es ist tatsächlich so, dass wir doch ganz andere Probleme haben. Und damit sind wir kein Leugner oder sagen, oh, das ist nicht wichtig, mit dem Planeten gut umzugehen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, schreib mir deine ehrliche Meinung mal in die Kommentare. Was ist wahrscheinlicher? Leben oder Tod? Durch Weltkrieg? Durch Konfliktsituationen? Durch eine nukleare Krise? Oder, dass wir jetzt wirklich an den Folgen der Erderwärmung, dass es dazu ein Massensterben kommt? Also schreib es gerne mal in die Kommentare, welches Ereignis schneller kommen wird. Und dann sollten wir doch eigentlich das bekämpfen. So habe ich es zumindest in meinem logischen Denken irgendwie mit logischem Menschenverstand gelernt in der Schule. Vielleicht nicht, aber selber beigebracht. Straßenabitur, so nach dem Motto. Also dann würde ich doch eher bei der akutesten Situation anfangen. Und wenn wir alle Frieden schließen, beziehungsweise alle Kriege hier auf der Welt beenden. Und da spricht eben Thunberg nie darum. Sie macht immer nur Panik. Ja, how dare you are? How dare you are? Ja, how dare you are? Es ist tatsächlich immer dieser falsche Rückschluss, wenn wir alle Frieden schließen und keine Bombe mehr hochgeht, kein Panzer mehr produziert wird. Die Rüstungsindustrie, wir haben dazu ein Video gemacht. Die NATO will ja sogar nicht offiziell bekannt geben, wie viel CO2 da verbraucht wird. Das hat ja auch schon ein gewisses Beigeschmeckle. Haben wir auch dazu schon ein Video hier hochgeladen. Oben mal eingeben, Erfolgskanal NATO, Erfolgskanal Ukraine. Dann kommst du zu den entsprechenden Videos. Dementsprechend deine Meinung zu Peter Thunberg in die Kommentare schreiben gerne. Und wir sehen uns das nächste Mal hier auf dem Erfolgskanal.